So, klar, das ist wieder das Loch im Zaun. Na, mal schaut. Jetzt sind sie nämlich ein paar Mal drin gewesen und kamen nicht mehr richtig raus. Aha, man lernt. Jetzt kommt die Oma. Die Oma weiß, dass sie immer wieder zurückkommt, von daher ist sie nicht mehr so unsicher. Aha, Lena ist schon drin. Schwoa überlegt, die hing letztes Mal nämlich auch drin. Und was wir noch lernen müssen, das ist der Rückruf. Zudem heißt, dass sie dann wieder den gleichen Weg zurücknehmen und wieder auf dem Loch rauskommen. Aha, Schwoa geht Elena nach. Ja, und kommt wieder raus. Das ist die beste Idee. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Baut 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.